So, recht herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero und ja, wir hatten das letzte Mal einiges vorgenommen. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, wir wollten bauen einen Mineraldetektor, eine mobile Fahrzeugstation und einen Kompass. Und ich würde sagen, wir machen uns einfach da dran. Heute wird viel gebaut, heute wird viel ausprobiert. Fangen wir an, ich brauche zwei Kupferdrähte. Dann brauche ich einen Kabelsatz, ich hoffe ich kann alles herstellen. Zwei Silber, habe ich? Oh fuck. Brauche ich Silber? Ich habe noch kein einziges Silber. Das könnte ein Problem werden. Batterie. Brauche ich noch diese Planung? Habe ich da von welcher Vorrat? Nö. Okay, aber die kann ich mir auch holen. Das passt. Dann Silikongummi, da brauche ich die dafür. Sag mal. Neue Steuerung, neues Game. Ich habe hier mal hier. Halleluja. Ne, das war Silikongummi da. Da brauche ich nur eins davon, aber passt schon. Dann brauche ich einen Computerchip, dafür brauche ich Kupferdraht, Gold. Nicht Gold. Nein, okay. Dann Schmierstoff, das kann ich noch herstellen. Da brauche ich nur wieder, dann packe ich mal die beiden Silikongummi. Darüber hätten wir so noch eins, ne? Ja, scheiße. Ne? Scheiße ist gelaufen. Okay, Schmierstoff. Okay. Das heißt, dann machen wir vielleicht doch nicht so viel heute, ne? Warte mal, einen Kompass. Was brauche ich da für einen Computerchip? Ich denke schon, ne? So, wo war das hier? Ja, Kabelsatz. Ja gut, geht auch nicht. Da kann ich noch schon irgendwas komplett machen. Computer, brauche ich Gold dafür. Dann höchstens das hier, Mineraldetektor. Ja, guck mal, das ist praktisch, weil dann kann ich damit dann mir das Gold und Silber dann snaggen. Warte, was brauche ich noch dafür? Ich habe echt ein kurzer Gedächtnis. Hier, eine Batterie. Ja, okay, guck mal. Dann Brille auf und dann suchen wir... Geiselkörbchen? Ich glaube, so hießen die. Ich weiß nicht, der Name ist nicht so sticky wie Säurepils irgendwie. So, inzwischen ist auch Tag geworden. Perfekt. Ach, hatte ich jetzt... Oh, vielleicht ist er draußen noch. Bitte irgendwas? Ne, also schon aber nichts von Belang. So, dann brauchen wir mal Geiselkörbchen. Let's go. Alright. Heißt, ich brauche noch einen Kupfer. Mineraldetektor. Ja, perfekt. So, her damit. Und dann mache ich mir eine Batterie. Und dann kann ich mir einen Mineraldetektor machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der funktioniert, weil das ist ja neu, ne? Das ist neu. Ist jetzt so ein... Mineraldetektor kann sniffern aus Materialien, potenziell schnappend 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 schnappend. Hundert hier von... Wie grindlastig wird das denn jetzt? Okay, das ist so ein... Ah ja. Suche nach Gold. Kann ich auch durchswitchen? Ah ja, Lithium, Tischkorre, Zitan, Schwefelkristall... Akka... Was für ein Zeug gibt's da? Silber. Mach mal erstmal Silber. Suche läuft. Ja, dann... Ne? Mach mal weiter. Ach, Anleger zur Station Delta wollte ich auch mal schauen, ne? Yo, ich hab echt viel vorgenommen für die Folge, merke ich gerade. Ah, dann geh ich da hin und auf der Suche suche ich halt ein bisschen... Auf dem Weg suche ich ein bisschen nach Silber slash Gold. Oh, okay. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier sind... Hier ist dieses Bio mit den etwas aggressiveren Fischis. Da unten hab ich schon einen gesehen, gerade eben. Ja, auch neue Musik. Perfekt. Oh, was haben wir hier? Kalkstein, ja, perfekt. Danke. Ganz groß. Ja, ich will noch kurz die Halbmond-Koralle scannen und... Jo, okay. Ich bin ja schon weg. Äh, welche Richtung muss ich? Da. Okay. Hier irgendwas... Das, was... Oh, ich weiß nicht. Die sehen nicht so nett aus, ne? Blau rohren. Ah, vielleicht doch. Ja, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich fahrg mal in einer Seebahn. Okay. So, in die Richtung. Das ist immer noch nichts. Oh, hier ist noch... Ah, das hab ich schon, das Fahrzeugstation, ne? Was ist das? Ja, auch wieder Fahrzeugstation, das... Ja, bringt mir nichts. Oh, nee. Das ist ein... Creepy-Biom. Ist die über Wasser? Sieht fast so aus, ne? Hallo, Silber. Irgendwas. Ah, okay. Pardon? I meant no harm. Gold. Oh Gott, wo ich sehe ihn nicht mehr. In meinem Inventarsfall ist es ein Joke. Okay, ich muss kurz, äh, einfach Titan hier raus. Fuck, 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 wo ist es hin? Darunter. Warning. 30 Sekunden Oxygen bebezüglich. Okay, cool, cool, cool. Wo ist der Dude? Oh, nee, ich muss jetzt an die Wasseroberfläche... Ich glaube, er ist oben gewesen irgendwo. Und ich muss jetzt an die Wasseroberfläche... Alter, ich bin so tot. Ich bin so tot. Ja, ich will aber nicht. Ich schau nach unten. Wenn ich ihn nicht sehe, seht ihr mich auch nicht. Was haben wir hier? Silber nochmal. Oh no. Da ist er, okay. Alter, ich bin... So ein Risk-Taker. Wieso hat er das nicht gefunden? Hier ist Silbererz. Will er mich eigentlich verarschen? Warum habe ich das Suchteil überhaupt? Wenn es nichts macht... Titania, danke. Okay, hier ist die Station Delta. Komm, komm, komm. Das schaffe ich. Einfach schnell hin. Ich werde mich nie wieder runtertrauen, Alter. Oh. Ja. Gut, jetzt habe ich... Ein Gold, zwei Silber, zwei Lithium, Silium. Ja, Lithium brauche ich gar nicht. PDA, okay. Der kann ja hier nicht hoch, ne? Das ist ja ein Fisch. Der kann ja nicht hoch. Kaffeeautomatik, den kenne ich auch noch. Da ist ein... Da liegt noch was. Was ist da? Ah, Seebahn. Kann ich sogar vom Land halbwegs ausbauen. Ähm, scan. Oh. Nice, okay, das ist fertig. Ist das die neue Seemotte, oder? Ach, mir ist kalt. Ah, ja. Ähm. Ist im Wasser wärmer hoffentlich, sonst... Ja, schwierig. Ja, okay, Wasser ist warm. Immerhin etwas. Äh, dann packe ich noch ein bisschen davon raus. Titan. Großer Joke. Äh, ich weiß nicht, muss ich sein. So, also hier wollte jemand uns weghaben, ne? Das heißt, dann erkunde ich dir noch mal ein bisschen. Ist hier auch warm? Oder ist das Säure? Aber ist es warm tatsächlich? Okay, ja, das ist schon mal gut. Oh, hier ist Schwefel. Nice. Kann ich doch ein Reparaturenwerkzeug machen. Oh, hier ist... Das ist echt Action, geht hier ab, ne? Yo. Kranke Base hier. Mit Heizstrahlern immer rechts-links. Ähm, ich gehe mal hier einfach hoch auf den Turm. Wenn das geht. Hufeiselnuss. Äh, können geerntet angepflanzt werden. Und dann seine nachhaltige Nahrungsquelle. Na, guck mal, nehmen wir das doch mit. Dann scheiße, wieder drei Titan raus. Und dann haben wir eben Platz dafür. So, okay. Eins, okay. Äh. Grünweh. Komm, ich komme nicht hoch. So. Wow. Wow. Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait. Who are you? Stay off my land. Holy shit. Äh, nee, mach ich nicht. Station Delta. The woman in the Exosuit has been traced as far as my technology will allow. It was here, I'm far less alone on this planet than I had anticipated. A signal location uploaded to PDA. Okay. Statusbericht. Ja, und einfach alle Asyl nehmen hier. Alles, was dich nie, niet und nagelfest ist, wird hier mitgenommen. So. Test die Überbrückungsanschluss. Äh, test die Überbrückungsmodulanschluss. Okay. Ah, da war noch was, glaube ich. Na, komm. Ah, nee, das habe ich mir eingebildet. Auch stark. Ja. Äh, wird ein bisschen dunkel jetzt. Muss auch nicht sein. Also, haben wir jetzt die Station Delta Air da unten. Dann gehe ich auf den direkten Wegherr hin. Gibt es Fallschaden in dem Game? Ja. Ich denke schon. Aber nicht so viel. Also passt das. So, ähm, ja. Ja, nee, ist echt nicht so viel. Okay. Ähm, na gut. Das heißt, jetzt bin ich hier bei Nacht auf dieser Insel. Ich lege mir jetzt mal ein World Pool rein. Und da unten ist irgendwo ein kranker Leviathan oder sowas. Aber ich habe schon mal ein bisschen Schwefel, ein Gold und zwei Silber. Was mir nicht reichen wird, aber hier gibt es ja noch ein paar Items. Und ich würde sagen, die fahren wir in den nächsten Mal. Hab noch einen Traum auf den Tag. Bis dahin, haut rein und ciao.